Ich bin Alexander für die Opernwerkstatt und ich habe mir hier viele Mädels geholt. Verrat du mir mal einfach, warum ich euch alle hier habe. Ja, weil wir ganz besonders haben. Ja, und wir machen hier mit, weil Respekt. Und irgendwie haben wir, ich weiß nicht, haben schon... Ja, wir haben Spaß. Vorher, ich habe auch schon als Klu großartig gehört. Wie und Bama. Ja, nach Respekt, also vor zwei Jahren, da haben die meisten von uns angefangen zu tanzen. Und davor, es waren auch schon Tanzen, wenigstens zu Dennis immer einfach dazukommen dann. Genau, das heißt, ihr habt euch ab dem Moment selber neu geführt. Ja, genau. Wie läuft Respekt bisher für euch? Gut, schlecht? Was könnt ihr daraus mitnehmen? Also ich finde, es war relativ gut. Manchmal ist es ein bisschen anstrengend. Und bei allen bin ich. Ich gehe nachher dann auf. Also ich kann da endlich bedrehen. Aber ich bin jetzt, ich bin mal direkt. Hallo! Ja, wie soll ich das? Ja, wie soll ich das sein? Ja, wie soll ich das sein. Und das ist das Dämpfische. Ja, wie soll ich das machen? Ah! Oh! 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 Okay! Bitte! Das war's! Ja, das war's! Haha! Ah, grazie, du wusstest nichts. Zeig mal deine Air Max. Zeig mal deine Air Max. Nein, noch mal. Warte, warte. Wie geht das noch? Sie haben schon rausgeschnitten, oder? Nein, bitte nicht. Jetzt kommt deine Air Max. Ich schneide die nachher extra rein. Air Max, das ist schön. Ich mach dich auf, du wirst dich an! Ich mach dich an, je sheetibab, du wirst dich an. Ich mache Lose mit deinem Hals. Wie gut sein á, dein anster K DESPAR. Ich kriege dich an. Ich hab dich an. Ich mache dich an. Ich kann drucken mit dem. Je sagt, ob ich nicht sicher bin. Ich kann dich nicht lange nicht helfen. Ich kann mich an. Ich kann mich auch nicht aufrechsen.